So, wir machen jetzt hier Let's Play Pommes backen im Backofen. Ich stelle das Ding hier hin, denn es geht mir ja in den Kühldrang. Nein, das ist ein Eisfach, das ist ein Eisfach. Pommes! Das ist ein Backofen-Pommes. Wie macht man den Backofen? Wir sind voll kalt, deswegen darf man ihn festhalten. Wir machen den Backofen erstmal. Wir machen hier drauf, oben nur 200 Grad. Wir machen es hier auf. Und wenn wir den Backblenden rotieren... Haben wir das Backblech? Haben wir das Backblech? Haben wir nicht. Haben wir das Backblech? Das ist noch frisch. So, dann tun wir das da rein. Dann ist das fertig. Warte. Ich glaube, was steht hier drauf. Tief vor dem Pommes fritz mit der Leine. Pommes! Halbe. Wenn kann man auf dem Planeten Erde, wie lange Pommes ist. Die optimale Backzeit ist abhängig vom Backgerät und dem gewünschten Bräunungsgarten. Weil ich glaube, man soll auch den Backofen nicht einfach den ganzen Zeit an- und aufmachen. Wir machen das jetzt hier mal auf. Der steht doch schon. Herr Schalke ist ein bisschen fest zugemacht. Das kriege ich gar nicht auf. Okay, wir schneiden wir mal kurz. Wir machen Licht an. Weiter geht's. Weiter geht's. Pommes! Wie viel Pommes willst du denn? Reicht dir das? Ja. Das reicht. Das ist schön. Dann schieben wir das hier rein. Steht da was von Salzen oder? Macht man glaube ich später. Macht man später. Mika! Nachher sind wir auf den Salzlemmi! Pommes! Genau, sonst trocknen die ja aus, ne? Jetzt können wir hier noch so... machen. Nehmen wir hier so Clips. Ne Ganzkörperklemme. Klemm das hier so rum. Und tun wir das nicht mehr so rein. So machen wir Pommes! Tschüss!